Heute haben wir was spezielles vor. Wir fahren zwar gemeinsam los, jedoch Arno macht eine Entspannungstour und ich will noch hoch in die Berg auf über 1000 Meter Höhe. Arno ist währenddessen schon an seinem Ziel und grüßt durch die schönen Wälder Kalabrians. Kalabrien ist ein Rausland mit vielen Pflanzen, viel Wasser oben in den Bergen und auch mit schweren Wolken, wie man hier sehen kann. Pilzzeit ist es auch und schon bin ich an meinem See angekommen. Ich muss mich so langsam sputen, dass ich die Runde schaffe und wieder vor Dunkelheit nach Hause kommen. Musik 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 Schnell Arno grüßt weiterhin voll entspannt und genießt Calabrienswälter in vollen Zügen. Kurven hat es hier gerade genug. Dafür sind wir ja auch hier. Und Arno ist schon wieder auf dem Weg zurück zum Hotel, wo ein gemeinsames Fahrbier wartet. Fahrerbier tut gut! Untertitelung des ZDF für funk, 2017